Bevor das Video anfängt, kommen wir erstmal zu der Eulen-Cheat-Key-Verlosung. Ihr seht das jetzt schon hier im Hintergrund, ja, ich hab den YouTube-Link jetzt kopiert. Ich werde jetzt den Link hier rein einfügen, ja. Da ist der Link, meine Freunde. Ich klicke jetzt hier drauf, Continue. 16 Leute haben kommentiert. Und wenn ich hier drauf drücke, hat einer gewonnen. Ich klicke jetzt drauf, meine Freunde. Lukas57757 hat den Eulen-Cheat-Key gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ja. Schon, RP. Das Einzige, was du jetzt nur noch machen musst, ist, hier bist du, Habibi. Ziehen wir mal jetzt den Discord hier nachgelangen. Community eröffnen. Und erstellt hier ein Community-Ticket. Dann kannst du den Eulen-Cheat-Key abholen, ja. In dem Sinne, meine Freunde, gönnt euch das neue Video und joint meinen Discord-Server. Der Mann. Wer ist denn auf YouTube? Sind so. Aber da ist eine böse Überraschung. Warte mal, kannst du sagen, dass du so ein Video mal hochgeladen hast, wo du bei einer Route warst und da war so eine Traum? Bist du der? Du bist so ein Wichser, wirklich. Die hat mich null gejuckt, du Wichser hast das so darstellen lassen, dass du vergesst, ich dir nie nehme. Was ist das hier? Geht dich nichts an, geh mal lieber weg. Warum? Weil du sie nichts gesuchten hast. Geht dich nichts an, mach dich ab jetzt. Sie lügt dich an, sie hat keinen Freund. Okay, jetzt mal für sich mal. Ich schmeißen wir dich gleich in unsere Folge, ganz einfach. Ach, scheiße. Wirklich, das ist mal so ein Bonus, du bist so ein Prägnis. Oh, da geht was ab. Hallo, der Mann. Der Mann, hallo, der Mann. Hallo, der Mann. Können Sie mich hören, der Mann? Warum bist du rinniin? Oh, was geht da ab, Digga? Hallo, der Mann, der Mann, der Mann, hallo, der Mann. Der Mann, hallo. Oh, was sind das für Beute, Digga? Hilfen die alle mit? Oh, no. Geiles AP. Wie macht man sich laut oder leise? Geh weg, lass mich in Ruhe. Ja, dann antwort er jetzt nicht. Wie stellt man sich laut oder leise? Über den Finger, elf. Was hat denn der Mann gemacht? Hör mal mich um den Fall, ja. Ich hab schon mal 30.000 Strafe bekommen. Das ist gelogen. Geben Sie dem Mann eine 30.000 Strafe. Oh, nein, bitte nicht. Alles gut, alles gut. War der, der gerade bang ist. Sie, seien Sie nicht mehr das Beurecht, ja? Aua. Irgendwann später. Ich möchte einen Ball haben, ihr Aries. Alle Eier, alle Eier. Ich kenn mich, ja. Ich hab mal eine Frage, wie alt sind Sie? Ach so, alter als deine Mutter. Das ist, glaube ich, ja weniger. Geh mal weg, ich nehme dich. Oh, hier rechts. Hey, was für Headshot? Komm, ich bin freiwillige Geile drin. Oh, Shinsu, Digga. Verpiss dich mal, Junge. Warum seid ihr? Ich hab Shinsu, mach dich, ich hab Shinsu. Stecken auf, stecken auf, stecken auf, stecken auf. Fahr weg, er schießt mich. Oh, ist der okay. Oha, alter, scheiße, mal was ist das denn für ein Auto? Das ist alles die Auto. Da krieg ich schon dezente Augenschmerzen, wenn ich diese Reifen kriege. Was kriegt man eigentlich für, äh, Metagaming? Für Metagaming kriegst du zwei Tage. Schweiter dann! Das Gesser mit Euro-Locke, äh, das lasse ich mir natürlich nicht gefallen, ne? Der wurde dann gebannt und dann hat er irgendwie rumgemeckelt und dann wurde der wieder entbannt. Nice! Steig ein! Was machen die, wenn wir jetzt da reinfahren? Hey Jungs, was geht, Mann? Ha, ha, ha! Wie geraucht, haben sie noch nie her? Ehe, mal festnehmen, bitte. Der hat fünf Langwaffen dabei. Da kannst du dir auch vier Stück nehmen, wenn du Bock hast. Alle Waffen abnehmen. Sie machen gerade einen wiesen Fehler, das sag ich ihm. Wieso? Das ist so die Anweisung, die wir so als Vorschub... Äh, nehmen sie jetzt lockig die Waffen ab. Nein, ja. Okay, wir... Das ist ja... Ich quitte jetzt und dann gehen wir morgen sofort. Nicht das, no. Wer sind die, Alter? Ja, das ist gerne, ähm, mein, unser Wesen tunel. Ja, kann ich machen. Also die Dame. Kriege ich zufällig ihre Nummer? Äh, mein Lieber, ich denke nicht, wie schlecht, die eventuell vergeben ist. Kann doch trotzdem nachfragen. Nein, kannst du nicht. Die Dame, haben sie vielleicht eine Nummer gemacht? Ich habe gerade schon erläutert, dass sie vergeben ist. Ja, mit dem Skar-Festiger kommst du einfach wieder her. Wie oft soll ich denn noch erläutern, dass sie vergeben ist? Halt's Maul. Wollt ihr den Platzverweis? Halt's Maul. Hast du gesagt? Ich hab gar nichts gedacht. Ey, die Waffe kommt dann auch mal weg. Ich hab keinen in der Hand. Die Waffe kommt weg. So respektlos zu sein der Security gegenüber, muss auch nicht sein, ne? Doch. Ey, Süße, kriege ich jetzt deine Nummer? Kriege ich jetzt ihre Nummer? Halt deine Fresse. Wie, halt deine Fresse? Wie rierst du mit mir? Deine Kasper. Jetzt sofort vom Platz runter. Ja, was wenn nicht? Ja, dann bist du festgenommen, mein Lieber. Ja, das hättest du auch vorher schon machen können. Ja, dann müsst ihr mal ein bisschen rennen, ne? Ein bisschen laufen, ein bisschen Sport tut immer mal gut, Jungs. Oh, hey. 7038? Oh, hello, yeah. Hey, Herbert. Ja. Das sieht scheiß aus, Mann. Lass uns einfach sitzen bei Leuten. Ich denk's mal aus. Ne, ne? Ja. Das ist noch gar nicht gesagt. Was? Ah, ah, ah. Wollen sie das bedrohen? Ich wollte es dir nur zeigen. Die werde ich auch, ähm, morgen wieder... Hey? Haben sie mir das? Nope. Kollege, ich bitte dich. Nope. Alles gut, Herr Berger. Also, guck mal. Egal, was? Ich bin kurz hin. Vielleicht klappt es dann. Manchmal klappt das. Nope. Und so, wenn ich mich in ein Auto... Oh mein Gott, stellen Sie sich vor, da sitzt einer unzenspannteren... Ist das wirklich... Oh mein Gott! Ja, ist egal. Scheiße. Oh mein Gott, oh... Hey, wer läuft jetzt hier rum? Irgendwer läuft hier rum, ich höre Schritte. Ich bin heute nicht Fernsees. Siehst du den, Jan? Nee, nee, der ist hinter der Wand. Hä? Also, jetzt, mein Arzt, was macht ihr hier? Den hier. Kennt ihr euch im realen Leben? Nein. Also, ihr tut euch im realen Leben, tut ihr euch nicht kennen, aber seid hier im Spiel ein Pärchen. Ja. Wie wird denn ab, äh? Kann man noch die Karren pimpeln? Ja. Warum habt ihr eigentlich diese Westen an, Jungs? Ach, du bist ja ein Drecksbruder. Ja. Und wer bist du? Humpelmann. Habt du euren Spaß, aber nicht hier, ja? Tja, ich habe keinen Spaß. Komplett. Oh! Drecksbruder. Warum schlagst du mich, hä? Da bist du überhaupt Gangfighter nach. Ich? Richtig. Tja. What? Wer bist du? Ich bin ab der Erste. Halt's Maul. Halt's Maul. Ich frage mich, wo ihr jetzt mit der Geheerwehr habt. Wo kriegt man die hierher? Hast du verstanden? Von dem ab Haus zum Ficken, dann sagt uns Bescheid. Wir ficken nicht. Wir ficken den kaputt. Dann rufen sie einfach die KRP. Ich glaube, wir werden sie schon nicht brauchen. Dann kommen wir genauso, wie wir sind, hierher und dann werden wir den Typen auseinandernehmen. Aber ihr habt keine Stacke, Leute. Richtig. Weil das ist nämlich ein Weichei. Bin ich ganz ehrlich. Bei der Security, glaubwürden sie mehr, der wird hier nichts. Das ist ein Geringverdiener. Wie steht denn über dem? Viel Spaß beim Flügel. Ne, geht nicht. Scheiße. Egal, nimm mal mein bestes Auto, ne? Na, dann hol mal dein Auto raus, da. Hä, du hast ein Audi? Ich kann's höre, ich hab's ja Audi. Uuuhh. Die Admin-V-A-Degarn. Hallo, da. Ein Panzer, Degarn. Sind wir seriös? Hallo, ich bin auch zu träumen. Hallo, was macht ihr denn? Oh, no. Hey, man. Uuuh. Sind so mit deinem 500 YouTuber-Follower da? Das war ich mich umgebracht. Und die reden von Rollplay, weißt du, wie ich mein? Was sind das für Themen überhaupt? Die sind wie Admin oder so. Keine Ahnung. Die Kinder sind unter 18, sogar unter 16. Hahaha. Scheiße. Die Agent, wie machen die mehr Scheiße als Modder? Ich bin maler und mache gar nichts, Digga. Die machen es viel schlimmer. Wie hältst du denn auf YouTube? Ja, ist schön zu, oder was? Ja, du bist doch ein Fanboy, du musst doch doch wissen. Tatsache finden wir das eigentlich nicht so witzig, was hier immer. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Wir hätten euch auch bei Admin oder permanent Barsch hören. Also ganz ehrlich, du bist wie ja der eine von Berlin City, Doni Abi, Alter. In der Auszeit, wir haben gar keine Scheiße gewatcht, ich verstehe nicht, was hier jetzt ist. Ja, verstehe ich auch nicht. Ihr müsst doch gar nicht so ein RP erzählen, Digga, Scheiße. Ja, ich weiß gleich, wer ich bin, ne, der Upder, ne? Mir ist doch egal, wer du bist. Ihr müsstet den Server repräsentieren, macht das aber nicht. Ah, ich will das eigentlich auch noch nutzen, Alter. Die machen den Server noch schlechter, Alter. Was soll ich denn bei dir repräsentieren? Ihr macht den Server grad noch schlechter, als er eigentlich schon ist. Du kannst halt auch nur das Script nutzen. Ja, ja. Ich bin grad mit einem anderen Menü drauf, aber okay. Ich bin mit Script drauf, Digga, weil du keine Ahnung hast. Haha, mit Script. Ja, ich bin mit Script drauf. Alles gut, ich bin mit Script drauf. Bin grad mit Script drauf, Jungs. Naja, wie gesagt, ihr repräsentiert ja den Server grad so, ne? Ja, ja. Ich mach da eigentlich zugesehen grad Content. Ist ja auch gut. Hahaha. Das ist ja so schlecht, Digga. Was ist denn? Oh, guck mal, der Modder tut sich keinen Autospor an. Geil, Digga. Der Modder tut sich keinen Autospor an, was er gemacht hat, Digga. Eieieieieiei. Ich wurde perma gewandt, weil ich getrollt hab. Wo hab ich denn getrollt? Hä? Das ist so schlecht, Digga. Das ist wirklich so anders schlecht, Digga. Von diesem kleinen Fischer wollte ich grad weggehauen. Die waren ja richtig OOC-MAT. Die waren ja mehr OOC-MAT als alles andere. Heilige. Das ist Berlin. Das spielt Benzin. 24-7 auf Adrenalin. Das ist Berlin. 08 für Kanzin. Kapsen verdienen, das heißt Batzen verdienen. Berlin. Benz oder Beamer. Berlin. Lien. Gelb oder Lila. Berlin. Ja Leute, ich bin wieder auf Berlin City. Gleich mit Rocke. Mit ABW Rocke. Ich werd noch mal ein schönes Bild einblenden von dir. Du hast so lustige Bilder auf deinem Discord. Hallo? Hier ist ein Taxifahrer, mach dich mal ab. Okay. Was ist das denn? Also fast ein halber Gigabyte, Alter. Was ist das denn? Was ist das denn? Ey, was soll die Scheiße hier? Warum rammt ihr mich, Digga? Habt ihr keine eigene Fahrbahn, Alter? Ich hab schon mal hier. Schade, Mann. Was? Ist ja schon, Bruder. Ist schon. Ich bin nicht dein Bruder. Verstanden? Ich bin nicht dein Bruder. Ich bin immer noch nicht dein Bruder. Ey, ey, ey. Kannst du mit dir chillen? Du willst mit mir chillen, oder was? Ja, ja, ja. Ich mag dich. Ich weiß auch warum nicht. Sag mal. Warum willst du mit mir chillen? Bruder, ich sag nur YouTube. YouTube? Ey, ey. Also ich bin ehrlich mit dir. Ich möchte mit dir nicht chillen, bin ich ganz ehrlich. Ja, darf ich mit dir chillen, du Hund. Wiederholen. Mach dich mal für keiner so viel. Was sollt ihr sagen? Ich habe ganz innen denn heute. Ey, HWW. Was geht ab? Es weiß man nicht. Was ist denn alles mit dem jetzt hier, Digga? Kannst du kein Auto fahren, oder was, Digga? Das ist ja so ein Gangster. Scheiße. Es weiß. Es ist eh so eine Pfeife, Digga. Aber was geht hier eigentlich vor? Aua. Hälter. Ah. 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 Ich weiß ja viel von dem, wie ich da rede. Hahahaha. Hahahaha. Wo ist das Pt? Ah. Was ist denn da? WTF? Ja. Da reingekommen. Oh. Deutschland Flagge. Deutschland. Ey, was ist das so ein Auto, Digga? Warum hat der Deutschland Flaggen? Digga, das ist eine Geringverdiener-Sloiter, Digga. Ja, hör nicht. Ich hab eine deutsche Flagge an. Warum rammst du mich denn, du Geringverdiener? Ja, ich bekomm dich schon mal mit Fenster. Willst du mich verarsten, Digga? Du fährst hier mit einer Deutschland-Audi rum, Digga. Was heißt denn, das ist mal dein Auto, Digga? Ich krieg noch ein Auto. Dann zieh's doch mal ab. Ja, ich krieg noch ein Muskel. Ich krieg noch ein Muskel. Hell Muskel. Hell hier. Raus mit dir. Nein, dann fahr mal. Na dann fahr mal mit deinem Audi. Ich könnte mal eine rauchen. Nop, 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 nop. Komm, schau mal aus. Nein. Ey, Jungs. Nein, der schreckt nicht von der Schaus, Digga. Ey, du, schau mal aus, oder es kann nicht, komm. Ein paar Sekunden später. Was ist mein Kollege? Ja, ich bring den zum. Ich bring den. Warum bin ich tot, Digga? Und morgen bist du tot. Gambo. Hast du provoziert, oder hast du irgendwas gesagt? Wir haben angefangen zu schießen. Einfach zu schießen. Ja, richtig. Ohne Grund. Ja, natürlich. Ohne Grund. 20 Minuten später. So, ausblüten. Ich hab jetzt irgendwie alles verloren, aber es ist mir eigentlich relativ scheißegal, Digga. Wer ich jetzt umgefahren? Genau, ich werde umgefahren. Ja, RP. RP, Digga. RP. Und ich wurde einfach umgeschossen. Ja. Sowas nennt man GTA RP. Oh, hier ist ja noch ein Morder, Digga. Alter, war ich ja noch ein Morder, Digga. Warte mal, ich geb ihm jetzt einfach das Auto, Digga. Geiler Noclip, den du hier hast, da will ich ehrlich. Du hast dich doch zu mir teleportiert, da will ich ehrlich. Nee, 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 nee. Nee, Digga, ich hab's doch grad gesehen, Alter. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe, aber du kannst hier dieses Auto nehmen von mir. Keine Ahnung. Irgendein TikTok Scheiße, keine Ahnung. Aber mach's nicht so auffällig, Digga. Mach's nicht so auffällig. Nadal Adler, okay. Nadal Adler, mach's nicht so auffällig. Ja, ich wünsch dir Wasser, Baby. Ich dir auch. Wie hat's denn der eigentlich geschafft zu Euro, Digga? Mit deiner Inkompetenz? Wer denn? Du, die neue Eins. Ja. Ich war eigentlich auch die Einer von der Einer 1, Alter. Schimt so, Digga? Schimt so? Da ist er, Digga. Verfolgt die Andererseits, ich werde nicht verstehen. Ja, ich verstehe, der Mann. Freud, es ist die Legende, die Földe. Äh, HBB. Mo, noch Bibi. Ey, komm mal her, mal kurz die Waffe. Oh, komm mal her. Dicke Kingsley. Immer noch Peter Hase, wie damals. Ja, ja, normal. Wie hast du dafür bezahlt? Gar nicht, Team, wie gesagt. Darf ich mal Probesitzen? Ah, ich verstehe. Ja, Mann, ich krieg Augenschmerzen, Alter. Ich hab Augenschmerzen, Alter, bei dieser Scheißkarre, Digga. Ey, ey, komm, komm Beifahrer, komm Beifahrer. Ja, mein Gehirn kommt gar nicht hinterher bei dieser Scheißkarre, Digga. Na, ich bin gespannt. Ich hab's ja richtig weggeschöpert, Digga. Ja, keine Ahnung, Digga. Ich hab zwar Motten hier am Laufen gehabt, aber der kann das gar nicht wissen. Aber ich bin jetzt auch für den Zucki rausgekommen. Ja, hab mich auch direkt von Iskott gebannt. Ei, ich hab's ja richtig weggeholt. Mama, 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 Papa, Mama, 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 Mama.